Ich hab schon neulich... Oh ne... Es nimmt aber meine Einschließung minimalisieren. Jetzt kannst du mir doch schon die Scheiß nehmen. Das ist ja wirklich Höllen auf die Erde. Sag dir mal, warum die Kampagne so ist. Höllen auf Erden. Heißt das eigentlich nicht auf Deutsch, oder? Oh ne, ich nehm da eine ständige Waffe. Oh ne... Jetzt behalte erst mal die. Du hast eh 100 Munition dafür. Das kostet sie nicht wieder. Ach... Müssen wir jetzt in diesem Part nicht auch noch nerven? Oh... Oh, ich bin ja hier durchgekommen. Das ist wirklich schön auf der Erde hier, wie es übersieht. Also diese permanenten Scheiß hier. Klappe. Ja... Ja, aber nochmal, ich möchte ihn machen. Das bringt ja auch nicht viel. Schnauze. Da hinten in der Ecke gibt's noch was zu erleben. Da geh ich jetzt auch gerade hin. Ja, Munition. Ja, alles damit. Vielleicht passieren, wenn es hier drauf geht. Was nicht? Diese Lava gibt's ja nicht. Ach, du Scheiße. Jetzt geht's ja nicht lang. Das ist echt der Hüllensitz hier. Das ist halt die Klappe jetzt, ne? Ich hab doch gar nichts gesagt. Sag mal, warum gehst du denn da? Du bist ja schon wieder so weit. Ich mach schon Blatt. Ja, ich sehe ich. Mal hab ich ja Raketen weg verpasst. Das hast du geschafft. Jetzt schießt du zwei Raketen und was soll es weg? So, hebt das mal auf. Ganz schön gruselig hier. Was du denn sagst. Du weißt die Keycard nicht. Du weißt dann erstmal den Schädel nicht. Geh nochmal zurück und guck mal anständig mal durch. So, da gehst du nochmal drauf auf die Kiste und guck da mal durch. Geil, dann hast du hier alles erledigt. Ich geh halt wieder zurück. Oh, da kann ich auch noch einen Schädel nicht mehr schaden. Da kann ich auch noch einen Tool. Siehste, er ist ja schon die Keycard. Was ist denn das? Na ja, da steht eine AG drin. Sag mal, Wanius, und wie ist denn jetzt denn zurück? Kannst du mit mal die Klappe halten irgendwie? Vielleicht finde ich da die andere Keycard. Kann ja auch sein. Wunderbar, hat mir auch was gebracht hier. Ja, aber er war ja auch nicht falsch. Kann ja auch wieder zurück. Wurde ich ja auch wieder langsam, Knabe, ey. Geht ja auch rein. Was geht denn da zu schlafen, Wanius? Jetzt hast du mal einen richtigen Namen gesagt und jetzt weiß ich nur noch Wanius oder was. Du spinnst doch irgendwie. Der Raketenwerfer ist nicht zu falsch. Ach komm, geh doch mal hier raus hier. Oh, da kannst du auch nicht mehr hier. Jetzt hast du mir Falle gestellt. Wo die Schroni raus. Knallt die Arschliche ab hier. Oder diese braunen Monster. Die mit vollen Bildern werfen. Jetzt gibt's ja auch eine Mägerusche. Doch, das tue ich auch. Wie geht denn da lang? Geh doch mal zurück. Oh, der ist ja wohl die Keycard gewesen. Klappe! Jetzt kommt schon mal da durch hier. Da geht's ja auch nicht lang, ne? So ein versteckter Eingang, ne? Also ich hätte das nicht übersehen. Aber du brauchst ja nicht die rote Keycard. Ich hab da gar nichts gelesen mit rot oder was. Dann müssen wir ganz genau gucken. Und wo es immer lang geht. Das sind diese Spielerwätseln. Wo man lang gehen muss oder wo nicht. Und rot muss man eben gucken, wo man es finden tut. Alles klar? Alles klar? Hast du verstanden? Äh, die Hälfte. Oh weh, du hörst mir nicht richtig zu. Du hörst mir einfach nicht richtig zu. Wer? Wer? Wer hört denn zu? Du? Ich höre immer zu. Das ist so. Ich höre doch nicht. Ich höre doch nicht. Aber siehst du mal. Es sind auch die Schellen runtergegangen. Das ist ja schon wieder Besserger. Was sind denn die Sprüche, die nehmen? Die Bereiche sind jetzt nicht schnaufen. Ey, jetzt bin ich auch überfragt, wo da weitergeht. Alles ausprobieren, ja. Hm, mein Juhlisch. Warum guckst du nochmal die Dinger ab? Vielleicht gibt es da noch so einen versteckten Eingang, was aufgeht, keine Ahnung. Ich habe jetzt einen Schaden gekriegt. Ich weiß. Geh mal zu dem einen Höllenraum nochmal zurück. Warum schweiß ich da auf die 2D-Grafikkarte? Da ist ja auch noch schon Eingang. Oh, kannst du denn mal klappern? Ich weiß, da... Da habe ich da rote Keycard gekriegt und ich kann sie gar nicht benutzen. Ah, hier ist keine rote Keycard, das ist Rotschädel. Und das wird deiner auch gleich, wenn du nicht mal eine Klappe hältst. Das ist ja unmöglich. Du bist unmöglich. Juhl, juhl, mein. Das ist ja auch nichts. Vielleicht muss ich irgendwas aktivieren. Das weiß ich auch nicht. Klappe irgendwie halten, ganz in Ordnung, ne? Ne, ich rede immer viel, wenn der Tag lang ist. Ja, ich merke es. Jetzt, lass mich doch mal ruhig überlegen. Hier muss die Tür aufgehen. Da muss ich gleich aufschießen. Nehmen wir mal die Pistole. Ah. Das ist ja, da ist ja auch ein Keycard. So, da geh ich da rein. Jetzt halt die Schnauze endlich mal.